So schlimm sieht es an den Märkten aktuell ja eigentlich gar nicht aus. Könnte man zumindest mal beim Blick auf den DAX anmerken und das völlig zu Recht, denn die jüngste, die Bewegung, die jüngste, die wir hier hatten, die ist nun mal klar nach oben gerichtet, wenn allerdings auch noch nicht so richtig mega toll, muss ich sagen, mit den vielen Rücksetzern, die irgendwie a sehr steil sind, b doch sehr überlappend sind, hat man schnell den Eindruck, ist das vielleicht doch nur was Korrektives, was ist denn der Plan hier dahinter, so richtig überzeugend, aus meiner Sicht sieht das noch nicht aus, aber ganz schlecht wollen wir es auch noch nicht reden. Gucken wir mal auf den DAX Future kurz, vielleicht sehen wir da im 15 Minuten Chart was viel Praktischeres, aktuell würde ich fast davon ausgehen, dass wir zuletzt, hier sieht man das relativ deutlich, dieses Verhaltensmuster, ich gehe mal hier auf den 5 Minuten Chart, dann kann man das vielleicht sogar noch besser erkennen, hier sieht man das relativ stark nach unten, dann ist es dreiwellig nach oben gelaufen und dann entsprechend noch mal weiter, möglicherweise ist das gerade die vierte der Wellen, die wir gerade sehen, da kommt noch mal eine fünfte hinten dran und dann wären wir einmal fünfwellig zumindest nach unten, würde es dann korrektiv nach oben gehen, wäre das für mich ein ganz klares Shortzeichen, wenn er da noch mal unten durchgeht. Also insofern aktuell das, was ich jetzt im Moment sehe, überzeugt mich noch nicht so richtig für die Long Seite, egal auf welcher Zeit eben auch das hier, was soll das sein, ich weiß es nicht, vielleicht stelle ich mich ja nur an, aber irgendwie so richtig schön im Sinne eines impulsiven Verlaufs ist das aktuell nicht und deshalb ist da aus meiner Sicht eher noch Vorsicht angesagt, zumindest mal sollte man nicht überschwänglich jetzt auf die Long Seite gehen. Wer sagt, naja, Rüdiger, komm, stell dich nicht so an, wir sind beim Future ja sogar hier unten drunter, beim Index ist das noch nicht ganz passiert, also da ist auf Tagesebene sehen wir, dass wir da noch ein bisschen oberhalb sind, hatten doch die Wendekerze, wir versuchen es jetzt einfach mal. Ja, okay, aber seid euch dessen bewusst, dass so ein idealer Verlauf im Sinne eines klaren bullischen Anstiegs eben nicht normal ist und eben davon ausgegangen werden muss, dass die Marktteilnehmer noch nicht so 100% der Überzeugung sind. Ich hatte einen Kommentar gelesen, fand ich hier sehr, sehr interessant und natürlich völlig zu Recht, allerdings auf diesen kleinen Zeitebenen wenig notwendig, sage ich jetzt mal, dass der DAX anders als die amerikanischen Indizes oder eigentlich kann man sagen anders als alle Indizes oder das Gros der Indizes weltweit ein Performance-Index ist, das heißt hier die Dividenden noch mit reingerechnet werden, das ist bei anderen nicht so und dafür ist der DAX doch relativ harmlos ausgefallen. Das ist im Übergeordneten, also wenn ich im Wochenchart unterwegs bin, vielleicht sogar im Tagesschart, durchaus nicht unrelevant, also man kann davon ausgehen, dass das eine gewisse Relevanz eben hat, also auf keinen Fall irrelevant, das darf man nicht sagen, aber in den kürzerfristigen Charts spielt sich das nicht wieder. Also für die Nachmittags-Updates ist das eigentlich überhaupt nicht notwendig, denn die Verlaufsmuster, die wir hier haben, die spielen da, was das angeht, keine Rolle. Allerdings, wenn man sich jetzt dieses Gesamtbild anguckt, müsste man das eigentlich rausrechnen oder eben den reinen Kursindex angucken. So, und da kommt jetzt ein zweites Verhalten. Ist das wichtig, dass wir den Kursindex angucken? Mir wäre auch wohler, ehrlich gesagt, dabei. Allerdings ist es beim DAX so, dass man den Performance-Index anguckt, das heißt all diejenigen, die da draußen sind, gucken auf diesen Index, der von der Logik her eigentlich nicht der optimale ist. Warum nicht? Weil der nicht nur die Kursentwicklung der Aktien, sondern zuzüglich der Dividenden das noch mit berücksichtigt. Also der Anstieg, der hier ist, enthält eben in einem durchaus maßgeblichen Teil auch die Dividendenauszahlung der Unternehmen oder die Dividendenzahlung der Unternehmen und deshalb verzerrt sich das Bild. Jetzt kommt aber ein weiterer relevanter Punkt. Alle gucken auf den Kurs. Das heißt, alle orientieren sich auf diesen Markt normalerweise natürlich nicht alle. Es gibt auch einige, die mindestens auch oder sogar ausschließlich den Kursindex angucken. Aber das Gros der Marktteilnehmer guckt eben auf diesen Kurs und deshalb ist die Orientierung sicherlich nicht so von der Hand zu weisen, hier auch auf den Performance-Index. Auch wenn das von der Logik her, auch weil es eine Abweichung ist von quasi fast allen Indizes weltweit, ist gar nicht ein anderer Performance-Index so bekannt. Also da ist ja schon eine gewisse Abweichung da. Irrelevant allerdings tatsächlich für die Nachmittage, wo wir hier im Kleinen gucken, ist das nicht so wirklich dramatisch. Es kommt ja auch nicht darauf an, dass es millimetergenau hier an einer Stelle aufschlägt, sondern es geht darum ungefähr hier eben in diesem Bereich. Das ist das typische Bild. Die Anmerkung allerdings ist durchaus smart gewesen. Also lieben Dank für den Hinweis dazu auch. Das ist gut, wenn man sowas noch mal erwähnt, dass man zumindest weiß, was es damit auf sich hat und davon schon mal gehört hat. Ansonsten, wie gesagt, dadurch, dass der Anstieg noch nicht so doll ist, würde ich mich nicht wundern, wenn wir noch mal auf 15.400 auch runtergehen, vielleicht auch noch knapp drunter. 300 ist in Ordnung, 200 fange ich an langsam nervös zu werden und alles, was dann so unter 200 oder 100 geht, finde ich überhaupt nicht mehr witzig. Und dann würde ich tatsächlich das Türchen nach hier unten auf gemacht sehen. Und ich habe dazu ja letztens einen Kommentar bekommen, da ging es darum, da hast du doch vor kurzem noch, da ging es allerdings um den Dow Jones, von 38.000 gesprochen. Beim DAX habe ich von 18.000 plus gesprochen. Ja, das ist auch durchaus nachvollziehbar, zumindest mal gewesen, dass sich das, was wir vorne haben, da hinten noch mal wiederholt und immer noch durch die Sommerpause ein bisschen verlängert. Möglich. Nur wenn er jetzt hier tiefer geht als die genannten Marken 15.200, 15.100, ist es dieses Bild nicht. Und dann sind wir zumindest noch mal irgendwo in dieser Ecke hier. Das müssen wir im Hinterkopf halten. Also ihr seht, dann sind wir ruckzuck bei 14.000 auch noch mal. Und dann wird neu überlegt, was wir machen, ob es dann später doch noch dahin geht, immer noch realistisch, oder der Kurs da runter geht. Aber das wird hier entschieden. Da kann ich jetzt mutmaßen, da kann ich jetzt ganz tolle Reden schwingen, warum es das eine oder das andere macht. Letztlich wissen wir das nicht. Das hängt auch davon ab, wie die Nachrichtenlage und dementsprechend die Stimmung der Marktteilnehmer ist, wenn der Kurs dann hier unten ist. Also jetzt das vorherzusagen ist wenig maßgeblich, sondern das wäre rein rumgeraten. Aber noch ist es eben, wie gesagt, das bullische Bild. Aber wir sehen, der Markt lässt es wirklich drauf ankommen. Der Dow hat es ja schon drauf ankommen lassen. Da erzähle ich euch nichts Neues. Ich habe hier mal eine Grafik einfach nur mal so als Variante mal hier reingerechnet. Nicht reingerechnet, aber reingezeichnet. Und das, was ich euch hier als Korrektur vereinfacht, A, B und C, wer sagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sowas überhaupt geht, das hatten wir hier auch schon. A, B, C. Die sogenannten Flat-Korrekturen. Bis vor kurzem war das überhaupt nicht mein favorisiertes Bild. Überhaupt nicht. Warum? Weil wir ja immer korrektiv, also impulsiv hoch sind, korrektiv runter, da gab es keinen Anlass dazu. Aber nachdem wir hier durch sind, wir haben diese Marken ja in der letzten Zeit hoch und runter gebetet, hier 34.800 glaube ich war es dann. Nachdem wir da durch sind, ist dieses Bild nicht mehr so realistisch. Dass der Kurs überlappungsfrei nach oben geht, ist unmöglich. Das heißt, wenn, dann müssen wir jetzt mit irgendwas anderem rechnen. Und das ist jetzt mal best guess, würde man sagen, aufgrund der typischen Verlaufsmuster. Ich will jetzt nicht ankündigen, das ist jetzt quasi zwingend. Ihr müsst jetzt sicher sein, dass das ist, irgendjemand hatte dann gesagt, aber das kannst du ja gar nicht handeln. Denn eben hast du noch gesagt, 38.000, jetzt sagst du 31.000, wie soll man das denn handeln? Ich hatte es gestern, glaube ich, schon mal erwähnt, diese Aussagen sind nicht jetzt ein Handelsauftrag im Sinne von, oh, jetzt sagt er 31.000, dann gehe ich jetzt short, hat er ja eben gerade gesagt. Und dann geht der Kurs jetzt mehr oder weniger direkt darunter, sonst finde ich es ja auch nicht so schön, wenn er da jetzt noch Umwege macht. Aber dieses Bild ist jetzt relevant. Das heißt, was wir jetzt brauchen ist, Szenarien, die dieses Bild abdecken. Und ihr seht das, was ich hier abgedeckt, äh, mal vorgeschlagen habe, so eingezeichnet, wäre im Prinzip irgendwie sowas, was in irgendwie diese Richtung geht, dann kriegen wir mal eine Pause und dann kommt der nächste Schub runter und dann kommt wieder eine Pause und der nächste Schub. Sprich, immer wenn wir Korrekturen nach oben bekommen. Fünfte, vierte Welle, dann kommt wenigstens noch eine fünfte hinten dran. Oder diese dann als zweite, warum zweite? Weil das die erste ist, das wäre dann die zweite, wieder in die Mitte rein, dann wäre dann hier die dritte. Also ihr seht, das ist jetzt kein Verkaufsauftrag im Sinne von, der Kurs kommt da unten hin. Der Stop für die Longs, den haben wir längst besprochen, das ist jetzt nichts Neues, den haben wir da oben schon zwei Varianten gehabt. Eine enge Variante oder die späteste dann eben hier an der Stelle. Aber jetzt ist dieses Szenario durchaus relevant. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, geht es denn jetzt eigentlich mal stark hoch als Gegenbewegung? Dann kann es ja sein, dass das alles nur ein Albtraum war. Rüdiger hat nicht recht. Kann natürlich sein. Ist allerdings sehr untypisch. Also nicht, dass ich nicht recht habe. Das klingt jetzt nicht gut. Nein, das will ich damit nicht sagen. Aber es wäre sehr untypisch vom Verlaufsmuster, wenn wir nämlich sagen, diese Korrektur und diese, die sind doch jetzt gleich groß, dann lass den doch weiter klettern. Die Idee, super. Einzige Problem ist, dass genau das Mittelstück dreiwellig wäre, nämlich a, b, c. Und das darf genau dieses Mittelstück in einer impulsiven Aufwärtsbewegung, die wir ja brauchen, um auch wirklich noch da hoch zu kommen, wo wir hinhaben wollen, 38 plus x. Da ist das eben nicht so sehr typisch, nicht so sehr realistisch, dass das der Fall ist. Meine Erwartungshaltung ist also, wenn wir Anstiege im Moment beim Dau kriegen, wird das wohl eher etwas Korrektives sein. Vielleicht so die nächste Größenordnung wäre das. Haben wir denn da jetzt schon Ambitionen dazu? Und wenn ich mir das jetzt angucke, schauen wir mal. Von diesem Tiefpunkt ging das impulsiv hoch. Zur Not hätte ich jetzt gesagt, so schlecht war das nicht. Ging das Korrektiv runter. Es ging eigentlich wieder fünfwellig runter. Das ist wieder genau der Mist, den wir nicht brauchen, wenn wir Long gehen wollen. Also insofern, Long ist aktuell wohl nicht das Richtige. Und wenn ich dann den Anstieg hier im Nachgang angucke, irgendwie habe ich den Eindruck, also so richtig auf Kaufmodus sind die einfach nicht eingestellt. Also Dau ist, was Kaufen angeht, aktuell nicht wirklich en vogue, kann man sagen. Also die Marktteilnehmer wollen es offensichtlich aktuell noch nicht so richtig. Wie ist es beim S&P? Interessanterweise ist insbesondere der Nasdaq, den gucken wir uns gleich an und sagen wir mal so, dass das Gemisch zwischen Nasdaq und Dau so ein bisschen mit, Das liegt an der Gewichtung der Titel Nasdaq-Fokus, weil eben gerade die großen Nasdaq-Player relativ gewichtet sind beim S&P und dementsprechend da sehr großen Einfluss haben. Immerhin ist der hier ganz schön stark nach oben unterwegs. Für die Intraday-Händler am Nachmittag kommt der sehr wackelig runter, sehr wackelig geht auch mit A, B, C und triggert dann so eine Zwischenhochmarke. Wäre das hier dann durchaus eines Longs würdig. Ich mache das mal ein bisschen größer. Viele sagen dann immer, sag doch mein Kurs. Das Problem ist, ich weiß ja noch nicht den Kurs. Ich weiß ja noch nicht, ob das der Hochpunkt ist. Wenn es hier wäre, würde ich eigentlich erwarten, dass ein Rücksetzer, den haben wir jetzt nicht ganz getroffen, das machen wir nochmal, vom tiefsten Punkt zum höchsten Punkt gerechnet, hier reinläuft. So, und dann zum Beispiel so. Dann wäre das die Long-Einstiegsmarke. Aber ich weiß ja noch nicht, ob das das Hoch ist und ich weiß nicht, ob die Rücksetzer so aussieht. Sieht der so aus, wäre das auch korrektiv, dann wäre natürlich mein Long-Trigger an der Stelle. Und sieht der Rücksetzer so aus, dann ist mein Einstieg, wo? Genau. Dann gibt es natürlich keinen Einstieg, weil es ja nicht korrektiv runter ist, sondern ist das wieder stark und ich würde die wackelige Gegenbewegung dann wieder für die Short-Seite nutzen. So, und das Gleiche gilt natürlich, wenn der jetzt noch weiterläuft ein bisschen, dann muss ich halt meine Fibonacci so messen und dann ist das halt höher. Das heißt, jetzt eine konkrete Marke zu nennen, macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Ich müsste also mit diesen Videos dann immer warten, bis er dann das tatsächlich so macht. Und für ein Nachmittagsvideo ist es ja immer ganz gut, wenn das auch nachmittags kommt. Also insofern, entweder er macht das gerade so, dann zeige ich euch das natürlich immer gerne. Und wenn er das gerade nicht so macht, zeige ich euch aber wenigstens, worauf ihr achten solltet oder könntet. Nämlich Rücksetzer korrektiver Natur, nachdem sowas ist, spricht immer gerne für eine Fortsetzung der ersten. Also, ist Long echt eine coole Geschichte. Naja, vom tiefsten Punkt hier überlegen wir mal. Ja, Long ist doch super. Richtig, der Markt ist nach oben gegangen. Das waren jetzt immerhin 80 Punkte. 1,8 Prozent etwa von dem Tief, was wir hier jetzt haben. Ich weiß gar nicht, ob es das richtige Tief war, aber ich glaube schon. Aber jetzt guckt euch die Bewegung an mit den Rücksetzern, mit den Rücksetzern. Zwischendurch auch nochmal. Das sieht alles, hier, das ist wieder dreiwillig in die Richtung. Auch das ist eigentlich, das sind alles irgendwie, das ist, ja, es ist aufwärts, aber die Art und Weise, das ist widerwillig. Manchmal höre ich das, dass Leute sagen, oh, was willst du denn, das steigt doch. Das ist so ungefähr, sag mal eben, ist das ein tolles Restaurant, soll ich da auch rein, soll ich da auch hin? Und ihr seht, wie die Leute widerwillig das Zeug kauen und essen? Ja, aber sie essen es doch. Ja, aber ich sehe doch, dass es nicht schmeckt. Ja, aber sie essen es doch. Ja, aber sie nicht. Ich habe da kein gutes Gefühl dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich jetzt im Moment hier im Markt sehe, ist Kaufen vorläufig widerwillen. Das heißt nicht, dass es nach oben gehen kann. Ich habe hier nochmal angedeutet, hier im Tageschart, ich rechne ja eigentlich damit, dass der Kurs sogar nochmal nach oben geht. Wir hatten hier wohl eher eine Seitwärtskorrektur hier vorne und jetzt eine A, B, C wäre ja eigentlich ganz passend. Ungefähr ähnliche Größe. Also wenn es jetzt mal die nächsten ein, zwei Tage hoch ginge, fände ich das gar nicht so schlimm. Aber dann sollte ich meine Position eben auf diese kürzeren Zeiteinheiten eben ausrichten, wo ich sage, habe ich hier einen Schub, dann ist das in Ordnung. Also so die ganz tolle Motivation hier für die Longseite sehe ich im Moment noch nicht. Aber lasst euch gesagt sein, nur weil ich was nicht sehe, heißt das nicht, dass der Markt es nicht machen kann. Aber es heißt, dass es halt kein deutliches Bild ist. Und für uns, das könnt ihr ganz anders sehen, gilt, wenn ich es nicht erkennen kann, wenn es irgendwie doof aussieht, unmotiviert aussieht, dann gucke ich lieber von der Seite aus zu. Und wenn es dann nachher doch noch Fahrt aufnimmt oder schubmäßig nach oben geht, dann sage ich halt auch gerne, ja komm, dann mache ich dann auch noch mit. Dann bin ich vielleicht nicht der Erste, aber dann habe ich das Risiko einer solchen Bewegung erstmal außen vor. Kommen wir zum Nasdaq und der ist mit der Beste im Moment, wobei ich so auf dem 5-Minuten-Chart auch nicht so gerne gucke, aber trotz alledem, der ist mit der Beste. Also wenn ich den hier im 4-Stunden-Chart gucke, hat man hier schon mehrheitlich den Eindruck, ja guck mal, die sind da schon bemüht. Wenn der jetzt irgendwann wackelig nach unten kommt, Korrektur macht und das steht bald mal an, wir können das mal eben durchmessen, aktuell tiefster Punkt ist der, höchster Punkt, es macht noch nicht so richtig Sinn zu messen, weil der Kurs ist gerade am höchsten Punkt. Das heißt, wahrscheinlich in den nächsten 2 Minuten kann ich schon wieder neu messen, weil der dann nochmal wieder weiterklettert. Aber ihr seht die 38, die 50, 61 Achtermarke, nehmen wir mal an, er dreht jetzt, dann wäre das das Rücksetzerniveau. Da sagen viele vielleicht dann, naja, aber wenn er ja schon dreht, dann ist es ja schon zu spät. Ja, vorsichtig, wir rechnen damit, dass der Rücksetzer kommt, aber dieser Abwärtsseite bin ich nicht daran interessiert. Nicht auf dieser Ebene, denn da erwarte ich ja eine Korrektur und Korrekturen will ich nicht handeln. Ich will gerne Teilstücke aus der Korrektur handeln, das ist kein Problem, aber die Korrektur insgesamt nicht, denn die Korrektur ist, also es klingt jetzt eigenartig, warum nimmst du nur die Hälfte hier, wenn du auch das Ganze haben kannst? Ja, ich weiß ja immer nicht, ob ich das Ganze kriege. Aber wenn ich hier natürlich ein starkes Bewegungsstück habe, eine Korrektur daneben, dann weiß ich, dass dieses Stück relativ realistisch nochmal folgt. Ja, also insofern, da bin ich an diesem Teilstück da interessiert. So, was ich jetzt besonders schick fände, wenn der jetzt sowas macht hier, Korrektiv, dann wäre hier der Einstieg für die Longseite. In den nächsten Tagen, das wird jetzt ein paar Tage dann dauern, im 4-Stunden-Chart, zieht sich das ein bisschen, kann natürlich auch A, B, C sein. Und wenn er sagt, mache ich nicht jetzt, mache ich erst später, ist auch okay, dann ist die nur hier ein bisschen länger, also insgesamt ein bisschen größer und dann ist mein Einstieg dann nicht hier, sondern eben einigermaßen symmetrisch, wahrscheinlich dann ein bisschen da. So, das wäre die Idee für die Longseite. Also beim Nasdaq und beim DAX sehe ich durchaus eine Chance für die Longseite, beim DAX allerdings, eigentlich würde ich mir den Rücksetzern nochmal wünschen, dass wir nochmal frisch und ordentlich anfangen können. Nasdaq gefällt mir nicht so schlecht für die Longseite und der Dow Jones gefällt mir überhaupt nicht für die Longseite, wenn, dann wäre es ein Interimskurs. Geht das? Kann die eine Seite Long, die andere Seite Short sein? Tja, wir kriegen nur das, was die Marktteilnehmer im Moment machen. Und da würde ich mich nicht zu sehr auf den Dow Jones fokussieren, sondern wenn, dann eher tatsächlich auf den Nasdaq, denn der sieht mit am besten aus. Denkt allerdings daran, als Abschluss zumindest mal, das kann durchaus etwas temporäres sein, dass der Markt einfach jetzt so eine Gegenbewegung macht und anschließend nochmal fällt. Und selbst wenn er das macht, anschließend nochmal fällt und danach erst nach oben geht. Also, vielleicht noch nicht alle Tage Abend. Die Saisonalisten werden eh sagen, jetzt kommt doch bald der September und der Oktober. Da ist doch die Abwärtsbewegung eh eigentlich ganz passend jetzt. Der Dow macht es ein bisschen zu früh, aber na gut, kann man wohl nichts machen. Vielleicht kommt es bei den anderen eben noch, dass der Kurs dann eben runter geht. Und dann gehen wir halt danach wieder nach oben. Das ist ja nicht zwingend ein Drama, aber vorläufig, mit Ausnahme vom Nasdaq, bin ich da, was das angeht, sehr vorsichtig. In diesem Sinne, euch alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.